Okay, willkommen zur nächsten Vorlesungseinheit. Jetzt geht es um die Fourier-Transformation. Da leiten wir eben die Beziehungen her und vor allem eben als Grundlage für die Unschärferelation, was wir eben dann an einem gaussischen Wellenpaket sehen werden. Und dann schauen wir uns die Anwendung an von der Fourier-Transformation, nämlich dem Frequenzkamm, das im Prinzip einen Quantensprung in der Meteorologie erlaubt hat. Da konnten wir endlich optische Uhren mit Mikrowellenuhren vergleichen und all das. Das war mal ein Habilitationsvortrag von mir und den habe ich eben hier für euch aufbereitet. Okay, fangen wir an. Fourier-Transformation. Also die Fourier-Transformation, die beschreibt eben, wie wir bestimmte Sachen im Frequenzraum anschauen. Also wenn wir uns eben anschauen, was zum Beispiel eine Welle ist. Wenn wir jetzt hier eine andere Farbe haben, also wenn wir jetzt irgendwie eine Frequenz haben im Frequenzraum, gegeben durch jetzt eine Wellenfunktion phi von k, und haben nur eine Frequenz hier, dann sieht das so aus. Ja, und ich mache eine Frequenz K0 und bei der diskreten Fourier-Transformation haben wir ja nur diskrete Frequenzen. Das ist das, was Grundlage zum Beispiel für die MP3-Soundkompression ist. Sie machen eine diskrete Fourier-Transformation von Fenster und tun damit eben die Musik komprimieren. Und was eben da ist, wenn wir diskrete Frequenzen haben, dann kriegt man eben immer kontinuierliche Signale. Das heißt, wir haben hier ein x, phi von x und haben dann eben in dem Fall eine Ebenewelle. E hoch i k0 x. Ich habe jetzt nur den Realteil der Wellenfunktion geplottet. Und das kann man jetzt für zum Beispiel drei Frequenzen machen. Das kennt ihr ja schon. Drei Frequenzen beschreiben, also zwei Frequenzen beschreiben eine Schwebung. Da ist sozusagen hier die Ebenewelle moduliert. Und bei drei Frequenzen, das sieht man dann schon mal ein bisschen mehr, das ist auch eine Schwebung. Wir haben im Frequenzraum, im k-Raum, haben wir jetzt eben bei k0 eine Frequenz. Und dann haben wir eben hier in einer etwas geringeren Amethode zwei benachteilte Frequenzen. Bei eben einem Frequenzabstand Delta k. Also das hier ist Delta k. Okay, das jetzt Fourier transformiert oder rücktransformiert sozusagen in den Ortsraum. Sieht dann folgendermaßen aus. Da haben wir eben jetzt eine Einhüllende, wegen der Schwebung, die dann so aussieht. Das ist jetzt die Einhüllende Amplitude. Das geht natürlich immer weiter, das ist ein periodisches Signal. Also es geht dann von Minusunendlich bis Plusunendlich, so weiter. Und wir hätten dann hier die Wellenfunktion, die dann folgendermaßen hier oszilliert. Okay, wir sehen also, wir kriegen jetzt Wellenpakete, die eine gewisse Ausdehnung haben. Mein Ziel ist es, nur ein Wellenpaket zu bekommen. Wir wollen jetzt sehen, wie wir da hinkommen. Offensichtlich hilft es, mehr Frequenzen zu nehmen. Also nehmen wir mal jetzt irgendwie 100 hier und 100 hier. Also insgesamt 201 Frequenzen. Wie sieht das dann aus? Das kann man jetzt mal machen. Okay, schauen wir uns das mal an. Also das ist eben jetzt hier die Wellenfunktion. Eine Amplitude a plus 1 mal e hoch i k 0 minus Delta k, das ist sozusagen diese Frequenz hier. Das ist Delta k mal x und dann plus a 0, das ist die Originalfrequenz, diese Ebene Welle. Und dann eben wieder eine andere Amplitude a minus 1 mal e hoch i k 0 plus Delta k 0 x. Machen wir mal das jetzt weiter. Treiben wir das mal an, noch nicht an die Spitze, aber schon mal ziemlich weit, indem wir jetzt mal hier richtig viele Frequenzen nehmen. Wir stellen uns vor, wir haben wieder eine Einhüllende und haben da drin eben jetzt irgendwie 201 Frequenzen. Links 100, rechts 100 und so soll das dann aussehen. Wir haben also hier so eine Einhüllende und stellen uns jetzt vor, soll eine Gauss, soll aussehen wie ein Gauss und haben jetzt eben hier bei k 0 was. Und haben eben dann ganz viele Frequenzen, x wie Distanz mit einem kleinen Delta k hier drin und eben hier auch. Wie sieht das Fourier transformiert aus? Hier wieder der Abstand bis Delta k und wenn wir das eben zurück Fourier transformieren, kriegen wir wieder eine Schwebung. Aber die konstruktive Interferenz tritt jetzt sehr viel seltener auf. Das heißt, wir haben eben jetzt viel lokalisiertere Wellenpakete. Das sieht dann so aus. Das ist ein länger 0. Also es geht schon in die Richtung, wo wir hinwollen. Wir wollen ja am Schluss so ein lokalisiertes Wellenpaket haben, also nur eins von denen. Das hilft also, mehr Frequenzen hinzuzunehmen, aber wir sind immer noch bei der diskreten Fourier-Transformation. Das heißt, es ist immer ein periodisches Signal. Also um unser Ziel zu erreichen, müssen wir irgendwas noch anders machen. Da haben wir eben hier unsere Wellenfunktion drin, die ist dann 0, ja, aber fängt dann an zu oszillieren. Wieder 0. Fast 0. Fängt wieder an zu oszillieren. Und das ist jetzt geschrieben als Summe über i von minus 100 bis 100 über a, i und dann eben unsere e hoch i, k, 0 minus n mal Delta k. Oder plus n mal Delta k, je nachdem, wie man das sieht. Genau. Und das ist eben unsere, und das mal x. Das ist unsere Wellenfunktion. Hat jetzt jemand eine Idee, wie ich nur ein Paket hinbekomme? Was kann ich anders machen? Ich muss immer mehr nehmen. Ich muss ein Limits von der Grenze... Ja? Ja, wir haben momentan Diskrete und Sie haben ja auch gerade gesagt, dass bei Diskreten immer eine periodische Funktion rauskommt. Das heißt, kontinuierlich könnte was sein. Genau, das ist die Lösung. Wir brauchen eine kontinuierliche Fourier-Transformation. Das heißt, wir haben tatsächlich dann hier ein kontinuierliches Spektrum an Frequenzen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben also jetzt hier kein Phi von K mehr, sondern wirklich eine Funktion A von K. Und haben jetzt hier K. Und das ist jetzt eben hier eine kontinuierliche Spektrum. Wir nehmen jetzt die kontinuierliche Fourier-Transformation. Und dann kriegen wir tatsächlich ein Wellenpaket hier, das Null ist und dann eben lokalisiert ist. Und das entspricht jetzt im Betragsquadrat tatsächlich einer Gauschen-Verteilung. Wir sehen also Gaus im Frequenzbereich, Gaus im Ortsbereich. Und das ist genau das, was wir uns jetzt anschauen. Und Gaus natürlich hier eigentlich nur im Betragsquadrat. Also das schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil das wollen wir jetzt mal für eine Gausche-Verteilung machen. Und dann sollten wir sehen, dass das mit Ist gleich die Heisenbergsche Unschärferelation erfüllt. Okay, aber um das zu machen, schauen wir uns erstmal die Grundlagen dazu an. Wir haben ja die Fourier-Transformation. Wer habt ihr schon Fourier-Transformation drangenommen im Detail? Im Detail nicht. In XP1 wurde das grob eingeführt, was das Konzept dahinter ist, aber nicht wirklich damit gerechnet. Genau, wir rechnen jetzt mal damit. Und zwar deshalb auch, weil ein wichtiges mathematisches Konzept dabei eingeführt wird, nämlich die Delta-Funktion. Die hören sich ein bisschen, sind eigentlich keine Funktionen in dem Sinne, hört sich ein bisschen komisch an, kommt aus der Funktion-Theorie, ist eine Distribution. Wir Physiker, wie immer, verwenden das als Werkzeug. Das ist dann ganz einfach dann für uns. Wenn man das natürlich richtig auf mathematischen Grundlagen setzen will, ist das alles ein bisschen komplexer. Aber wir Physiker verwenden das einfach und dann ist das gar nicht so kritisch. Okay, schauen wir uns die kontinuierliche Fourier-Transformation an. Okay, was haben wir? Wir haben die kontinuierliche Fourier-Transformation erstmal vom Frequenzraum in Ortsraum, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, als anstatt einer Summe steht natürlich jetzt hier das Integral von Minusunendlich bis Unendlich von diesen Frequenzamplituden A von K und dann E hoch I, K, X, D, K. Das ist die kontinuierliche Fourier-Transformation. Wie tun wir? Rücktransformieren? Nun, die Rücktransformation, das wollen wir jetzt zeigen, ergibt sich eben als Integral von über einen gewissen Bereich, wo die Wellenfunktion nicht verschwindet. V von X mal E hoch Minus da I, Minus I. Eine Frage. Ja? Und zwar, Sie haben gerade gesagt, der Bereich soll der Bereich sein, wo die Funktion nicht verschwindet. Ja, ich kann ja auch unendlich machen. Nee, ich meine, ab dem Moment, wo ich eine Gauss-Glocke drüber setze, geht die eigentlich ja von Minusunendlich bis Plusunendlich? Genau, ist tatsächlich so. Ja, ja. Okay. Genau, also ich kann ja auch Minusunendlich bis Plusunendlich machen und dann steht da sozusagen, ist gleich Integral von Minusunendlich bis Plusunendlich von A von K. Ich setze jetzt das hier ein und das war ja dann das Integral von Minusunendlich bis Plusunendlich von E hoch I, K minus K Strich, X, D, X, D, K. Ah, genau. So, machen wir hier noch eine Korrektur, hier steht noch ein I drin, hier haben wir unendlich hingeschrieben, hier auch und hier auch. Ist eigentlich allgemeiner so. Okay, gut. Und wir erinnern uns mal mit diesem E hoch I, K, X, was es damit auf sich hat und zwar kennt ihr ja noch die Eulersche Formel, die eben, wo ist jetzt irgendwas gesprungen? Genau, die brauchen wir gleich, aber erstmal schreibt man diesen Term hier uns, schauen wir mal dann genauer an, wir schauen uns mal, das, also ich lasse das mal als B, das lassen wir später gegen Unendlich gehen, deshalb habe ich ein B gemacht. Lassen wir mal so, weil dann kann ich das nämlich besser herleiten. F von K ist also unter Integral von Minus B bis B von E hoch I, K minus K Strich, X, D, X. Und das ist gleich, wenn ich das jetzt einsetze, das kann man natürlich schön ausrechnen, obere Grenze minus untere Grenze, also ist das eben E hoch I, K minus K Strich, X und dann hier durch I, K minus K Strich, so integriert man und macht jetzt eben obere Grenze minus untere Grenze, also so macht man das mathematisch. Und wenn man das ausschreibt, steht da eben E hoch I, K minus K Strich, X und dann steht hier Minus untere Grenze E hoch, da steht dann hier Minus I, K minus K Strich, B natürlich, X ist jetzt B, durch diesen Ausdruck I, K minus K Strich. Okay, und das kann ich eben wegen der Eulerschen Forme schreiben als zwei, also die Differenzen von diesen, wir wissen ja, E hoch I, Z ist sozusagen Cosinus Z, ja, plus I Sinus Z. Und das ist ja das Komplexkonjugierte, das heißt, das ist im Prinzip wegen dem Minus dem Komplexkonjugierten, bleibt also der komplexe Teil übrig und wir haben hier gleich 2 Sinus von K minus K Strich, B und durch K minus K Strich. Okay, die Eulersche Formel zur Erinnerung besagt ja, dass Sinus von Z gleich E hoch I, Z minus E hoch I, Z ist, ne? So, durch 2I. Das 2I hat sich dann hier mit dem I weggekürzt. Okay, jetzt sind wir schon mal ein bisschen weitergekommen, was ist denn das für eine komische Funktion? Sinus von irgendwas mal B durch irgendwas, also Sinus von X durch X. Hat das jemand schon mal geplottet? Wenn man das plottet, dann sieht das ganz witzig aus. Und das wollen wir gleich mal machen. Also, wir haben ja nicht nur das auszurechnen, sondern wir haben das noch mit A von K zu multiplizieren. Wir müssen uns also eigentlich Folgendes anschauen. Integral von A von K mal Limes, jetzt machen wir den Limes von B gegen unendlich, soll unendlich sein. Und dann haben wir hier 2 Sinus von K minus K Strich, B durch K minus K Strich. Und das Ganze integriert mit DK. Also, wir haben diese Funktion, die wir uns jetzt genauer anschauen und integrieren das mal mit A von K. Okay, das ist das, was wir jetzt uns mal anschauen wollen. Und als erstes müssen wir mal wissen, was der Grenzwert von dieser Funktion ist. Das ist ja was Komisches, wenn ich sozusagen B gegen unendlich gehen lasse, was dabei eben rauskommen könnte, denn für, also wenn K gegen K Strich, wollte ich sagen, wenn K gegen K Strich geht, steht hier oben Sinus von 0, das ist 0, und unten steht eben 0. Was ist denn Sinus von 0, was 0 ist, durch 0? Wie kann man das ausrechnen? Erinnert euch an eure Einführungsvorlesung Mathematik. Der Satz von L'Hôpital, der hilft uns da, der eben besagt, dass ich den Grenzwert von einer Funktion für x gegen x0 ausrechnen kann, indem ich die Ableitung bilde. Das heißt, g' von x durch h' von x für x gleich x0. Genau das machen wir jetzt hier oben für K gegen K Strich und kriegen dann raus, dass der Limes von K gegen K Strich über diesen Ausdruck 2 Sinus von K minus K Strich B durch K minus K Strich, dass das eben ist. Die Ableitung vom Sinus ist der Kosinus, dann haben wir hier 2b, innere Ableitung B kommt raus, Kosinus von 0, das ist ja 1, durch K minus K Strich, K abgeleitet ist 1 und haben jetzt also sehr schön gesehen, dass das nichts anderes ist wie 2b. Also an der Stelle, wo K gleich K Strich ist, hat diese Funktion den Wert 2b. Und sonst ist die eben sehr schnell oszillierend wegen diesem Sinus. Also je größer die Abweichung von K zu K Strich ist, desto stärker oszilliert wir. Wir lassen ja B gegen unendlich gehen. Das heißt, das ist eine Funktion, die einmal auf 2b geht und sonst stark oszilliert. Und genau die schauen wir uns jetzt an, weil die wollen wir jetzt integrieren mit einer nicht so stark oszillierenden Funktion. Wir nehmen an, A von K oszilliert viel schwächer. Okay, wir wollen uns also diese Funktion jetzt mal plotten. Schauen wir uns das an. Wir haben also hier unser F von K und hier unser K und haben jetzt an einer Stelle unser K gleich K Strich. Und da wird unsere Funktion gerade den Wert 2b annehmen, wie wir gerade hergeleitet haben. Und diese Funktion für ein kleines b machen wir jetzt mal blau. Dann sieht das so aus. Also wir gehen hier eben hoch, runter, hoch. Und jetzt muss die Funktion hier eben 2b werden. Und das ist eben 2b an der Stelle K Strich. Hier ist unser K Strich. Okay, und wenn wir jetzt das b größer machen, wir wollen es ja gegen unendlich gehen lassen, dann sehen wir schon, wohin uns die Reise führt. Wir haben dann hier eben viel kleinere Amplituden. Und dann eben wird es hier wieder 2b. So sieht dann die Funktion aus. Und das ist wiederum 2b Strich. Das ist ein anderes b. Wobei eben das b Strich jetzt größer ist als das andere b. Okay? Und für den Grenzwert für b gegen unendlich wird das eben genau diese sogenannte Delta-Funktion, die an einem Wert gegen unendlich geht, worüber das Integral, denn diese Funktionen, wir haben noch sehen, wenn man die integriert, sind eben normiert. Und da kommt eben immer das Gleiche raus. Und was wir jetzt eben machen, wir haben ja diese Funktion noch multipliziert mit A von K. Und A von K ist eine Funktion, die sich sehr viel langsamer oszilliert wie diese Funktion. Die sieht eben so aus. A von K ist eine Funktion, die da eben so geht. Was passiert jetzt, wenn ich das Ganze miteinander multipliziere und integriere? Nun, schauen wir uns mal hier das an. Nehmen wir mal in einem blauen, dann kann man es besser sehen. Ich habe hier einen Wert, der hier und hier fast gleich groß ist. Das heißt, das Integral darüber und das Integral darüber multipliziert mit dem fast gleichen Wert, hebt sich auf, ist 0. Das heißt, das Integral wird überall 0, außer an dieser Stelle. Und wenn man das jetzt an die Spitze treibt, dann ist das exakt erfüllt. Das heißt, unsere Funktion pickt sich den Wert von A von K über das Integral so raus, dass wir den Wert an der Stelle haben, wo K gleich K' ist. Also nochmal, wenn ich das Ganze integriere, dann holt sich diese Funktion den Wert an der Stelle raus, wo K gleich K' ist. Das heißt, Integral über A von K von diesem Ausdruck über DK integriert ist A von K'. Und das ist genau die Eigenschaft von einer Delta-Funktion, von einer Distribution, wie man sich sehen wird. Also schnell oszillierende Terme kürzen sich also weg und wer bekommt deshalb aus dem Integral folgenden Ausdruck? Wir haben dann eben hier das Integral von Minusunendlich bis Plusunendlich über A von K über eben unser Limes von B gegen Unendlich über 2 Sinus von K minus K' Ich meine B durch K minus K'. Und das Ganze dann noch mit DK multipliziert. Und das können wir jetzt vereinfachen. Das A von K ist sozusagen an der Stelle K' relevant. Das heißt, wir haben hier A von K'. Und dann haben wir nur noch auszurechnen Limes von B gegen Unendlich über das... Limes ziehe ich raus aus dem Integral von Integral minus Unendlich bis Plusunendlich über 2 Sinus von K minus K' Und dieses Integral kann man ausrechnen, da kommt dann raus 2 Pi. Das heißt, ich habe A von K' mal 2 Pi. Das ist sozusagen jetzt der Grenzwert ausgeführt. Und das wollen wir jetzt noch mit der Distribution schreiben, indem wir diesen Ausdruck Limes von B gegen Unendlich von diesem Ausdruck jetzt mal schreiben mit einer Delta-Funktion. Und die Delta-Funktion, die sieht eben folgendermaßen aus. Die ist gegeben als Integral von Minus und Endlich. Oder ihre Eigenschaft ist gegeben darüber, dass wenn ich eben diesen Ausdruck... Das stand ja ursprünglich da. K minus K' Dx Dx Also dieser Ausdruck E hoch I K minus K' Dx Integriert über Dx Der ist tatsächlich unsere Delta-Funktion. Delta von K minus K'. Das ist ja aus diesem Zusammenhang bekommen. Das ist jetzt eine Definition. So definiere ich meine Distribution. Und da kommt noch ein 2 Pi dazu. Und diese Funktion sieht ganz komisch aus. Die ist an einer Stelle ist die unendlich. Als Funktion von Delta von x, wenn ich hier Delta von x zeichne. Also das ist die Plotte hier eben Delta von x. Dann ist sie an einer Stelle unendlich. Und ja, machen wir es mal nochmal neu. Also die Distribution sieht so aus. Wenn ich hier zeichne, die Delta-Funktion von x minus x Strich, dann ist die eben an der Stelle x Strich. Wenn hier x aufgetragen ist, geht die eben gegen unendlich. Aber ist so definiert, dass es integral über die Delta-Funktion auf 1 normiert ist. Okay? Und wenn ich diese Delta-Funktion jetzt nehme, damit kann ich jetzt das Ganze umschreiben. Und bekomme eben Folgendes raus. Wir haben für die Delta-Funktion erstmal die Eigenschaften von der Delta-Funktion. Integral von minus unendlich bis unendlich über Delta von k dk ist gleich 1. Und die pickt sich eben die Funktion, irgendeine andere Funktion, das ist jetzt sozusagen g von k. Delta von k minus k Strich dk. Dann wird daraus eben g von k Strich. So funktioniert eine Delta-Funktion. Die werdet ihr in der Physik noch ganz häufig kennenlernen. Die taucht immer wieder auf. Vor allem auch bei Lösungsverfahren für Differentialgleichungen über Integrale, den sogenannten Green-Funktionen taucht das auf. Das kommt am Ende, wenn wir eben die Feynman-Diagramme herleiten, kommt das nochmal vor. Also das ist jetzt nicht umsonst alles. Okay? Und jetzt können wir daraus eben die Rücktransformation herleiten. Und hier hätte ich gerne anstatt einem f ein g, weil das nicht diese Funktion f ist, die ich hier oben geplottet habe. Okay. Und damit sieht die Rücktransformation jetzt wie folgendermaßen aus. dass das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über phi von x von e hoch minus i k Strich x dx ist gegeben als 2pi Integral von minus unendlich. Jetzt setze ich das ein, was wir oben ausbekommen haben von a von k Strich. Und dann steht hier Delta k minus k Strich. Und die k gleich a k Strich von 2pi. Wir haben also gezeigt, dass das tatsächlich die Rücktransformation ist. Ich habe hier die Wellenfunktion, transformiere die hier mit einem Minus. und kriege dann tatsächlich hier meine Fourier transformierte raus. Okay. Und daher ist die Rücktransformation dann definiert als a von k. Und jetzt a, aufgepasst, hier kommt ein 1 durch 2pi. Das kommt aus diesen 2pi hier von minus unendlich bis plus unendlich von psi von x e hoch minus i k x dx. Das ist sozusagen die Rücktransformation. Okay. Jetzt aufgepasst. Ihr werdet in der Literatur, in Computerprogrammen unterschiedliche Definitionen für die Rücktransformation finden. Allen gemeinsam ist das hintransformiert und rücktransformiert hintereinander durchgeführt. Dann ist man natürlich bei der ursprünglichen Funktion. Aber wo ich dieses 2pi hinstecke, das ist Definitionssache. Wir haben es jetzt bei der Rücktransformation hingesteckt. Man kann es aber auch mit 1 durch Wurzel 2pi bei der hin und mit 1 durch Wurzel 2pi bei der Rücktransformation einsetzen. Also das ist reine Konventionssache. Okay. Mit diesem Rüstzeug jetzt können wir die Unschärferelation beim Gauschenwellenpaket ausrechnen. Und werden da sehen, dass wir da die Unschärferelation genau mit istgleich erfüllt sehen. Und dann eben unter der Annahme, dass das Gauschewellenpaket das minimale Wellenpaket ist, ist gezeigt, dass für alle anderen Wellenfunktionen eben größer gleich h quer halbe gelten muss. Das ist mathematisch etwas anspruchsvoll, diesen allgemeinen Beweis für alle Funktionen zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, das machen wir nicht. Wir zeigen lediglich, dass das Gausche Wellenpaket das minimale Unschärferelation erfüllt. Okay. Gut. Also Unschärferelation des Gauschen Wellenpakets. Was ist Gaus? Nicht die Wellenfunktion, sondern die Wellenfunktion Betragsquadrat. Also die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist Gaus verteilt. Nämlich folgendermaßen, wir haben unsere Wellenfunktion, Psi von x, Betragsquadrat ist gleich 1 durch Wurzel 2, Pi, Sigma x Quadrat. Und hier steht dann e hoch minus x Quadrat durch 2 Sigma x Quadrat. Das ist unsere Wellenfunktion und das ist unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung P von x. Und die Wellenfunktion, die ist dann davon die Wurzel. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Und dann sehen wir, dass eben Psi von x gleich 1 durch die vierte Wurzel von 2 Pi Sigma x Quadrat ist. Und hier steht e hoch minus x Quadrat durch... Hier muss jetzt sozusagen das 2 Wurzel 4 wegen der Quadrierung, wegen der Wurzel. Ich stelle also 4 und dann steht hier weiterhin Sigma x Quadrat. Und dann steht hier eben noch ein, das kommt noch neu hinzu, denn hier bei der Betragsbildung fällt natürlich die Zeitphase weg. Die dürfen wir nicht vergessen, die Impulsphase, die fällt weg. Also i k 0 x müssen wir hier noch hinschreiben, das ist für den Gesamtimpuls. Denn das Wellenpaket kann ja noch einen Gesamtimpuls haben. Okay, ja, schauen wir uns das an. Warum ist das die positive Wurzel? Es gibt ja eigentlich zwei Lösungen. Ja, das ist tatsächlich so und das ist eben hier drin in dieser Amplitude. Das kann natürlich jetzt auch einen negativen Impuls haben oder das ist eine beliebige Phase. Okay, das heißt da drin ist das plus minus versteckt. Genau, genau. Je nachdem was für ein Wert das ist, entspricht das dem realen Wert. Exakt, exakt. So, okay, schauen wir uns die Fourier-Transformierte davon an. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie das passt. Ja, das müsste eigentlich so passen. Ja, hier muss, das war tatsächlich, nee, da habe ich wahrscheinlich, das habe ich durchgecheckt. Das muss hier ein 4, das ist doch kein Quadrat, genau, wenn ich die Wurzel mache. So, genau. Und jetzt haben wir hier für A von K, haben wir dann eben gleich Integral von Minusunendlich bis Plusunendlich von Psi von X mal E hoch I KX minus. So war ja die Transformation, die wir hergeleitet haben. Und das kann ich jetzt einfach ausrechnen, ja, mit dem, ja, über die Formelsammlung oder über Computeralgebra-Programm. 2 hoch 3 Viertel mal Wurzel, die vierte Wurzel von Pi mal die Wurzel von Sigma X mal E hoch minus Sigma X mal K minus K0 zum Quadrat. Okay, um jetzt von diesem Ausdruck, ihr seht, das ist schon wieder so ähnlich, da steht hier X Quadrat, in dem Fall steht es K Quadrat. Um mein Sigma K zu bekommen, muss ich das in diese Form hier bekommen. Mit 4 Sigma K irgendwas. Ja, das heißt, ich muss dafür sorgen, dass dieses Sigma X, ja, so umgeformt wird, dass es in dieser Form dasteht. Und das ist dann mein Sigma K, okay? Also, das heißt, ich finde raus, ah ja, jetzt seht ihr, ach, ich ärgere mich, doch mal hier, da muss ein Quadrat sein. Und hier ist ein Quadrat, hier muss das Quadrat doch bleiben, sonst macht das alles keinen Sinn. Und damit, ich korrigiere es gleich mal, oder erinnert mich nach der Vorlesung, dass ich es gleich im Skript korrigiere. Und dann steht eben hier, dass mein 1 durch 4 Sigma X Quadrat, in dem Fall ist es jetzt 4 Sigma K Quadrat, so hätte ich gern hier was dastehen, das ist mein Sigma X Quadrat. Das kann ich nach Sigma K auflösen, ja, und bekomme dann eben die Varianz raus, die Standardabweichung im Impulsraum, okay? Und, genau, und daraus folgt jetzt aber auch, dass Sigma X mal Sigma K gleich ein Halb ist, ist gleich Sigma X mal Sigma, also Delta K. Das ist eigentlich schon die minimale Unschärferelation, wenn ich jetzt noch einsetze, mit P gleich H quer K folgt dann eben jetzt mal eine Unschärferelation. Delta X mal Delta P ist gleich H quer Halbe. Hurra! Das ist unser minimale Unschärfepaket, ja, das wir jetzt ausgerechnet haben. Und jetzt, wir sind ja keine Mathematiker, wir wollen das jetzt nicht für alle Funktionen beweisen. Also ohne Beweis, dass die Gauss'sche Wellenfunktion ist das minimale Wellenpaket. Und für alle anderen Wellenpakete gilt dann eben diese Heisenberg'sche Unschärferelation, okay? Gut, genau. Und analog bekommt man jetzt aber noch andere Unschärferelationen. Denn ihr kennt ja, Ort und Impuls ist über die Fourier-Transformation verbunden oder Ort und K-Raum. Was ist denn noch über die Fourier-Transformation verbunden? Ich habe schon einen Hinweis gegeben, wenn, ich denke an MP3. Energie und Zeit fällt mir noch ein. Ja, genau. Energie und Zeit ist über Fourier-Transformation verbunden oder eben Frequenz und Zeit. Energie hängt ja mit H mal F über die Frequenz zusammen. Und so können wir eben auch für Energie und Zeit eine Unschärferelation beschreiben. Also aus Delta Omega mal Delta T ist größer gleich 1,5. Das ist genau das, was wir hier eben gesehen haben. Folgt eben mit E gleich h quer Omega, folgt genau die gleiche Unschärferelation. Nämlich Delta E, die Energieunschärfe mal einer Zeitvarianz und Schärfe ist größer gleich h quer halbe. Das ist auch ganz wichtig. Das spielt eine Rolle bei Spektren. Denn je länger mein angeregter Zustand lebt, desto genauer wird die Energie, desto genauer wird mein Spektrum. Das benutzen wir in der Quantenoptik. Wir benutzen sogenannte Dipol-verbotene Übergänge. Wir werden noch sehen, eigentlich kann man nur von, man kann nur Delta-Drehimpuls-Quantenzahl 1 ändern. Wir haben ja Drehimpuls-Quantisierung gerade schon kennengelernt im Borschen Atommodell. Und mit Photon kann man das nur um 1 ändern. Aber es gibt Übergänge, wo das sich um 2 ändern muss. Und die leben ganz lange. Die leben eine Sekunde zum Beispiel und sind deshalb natürlich ein super Quantenbit. Und das spielt aber auch eine Rolle bei der Teilchenphysik. Weil wir können für kurze Zeiten Energieerhaltung verletzen. Das heißt, wir können damit für kurze Zeiten virtuelle Teilchen erzeugen, die eben die Vermittler von verschiedenen Kräften sind. Das werden wir dann in der Teilchenphysik noch kennenlernen. Also das ist eine ganz wichtige Gleichung, die eine große Rolle noch spielen wird in der folgenden Vorlesung. Okay. Gut. Gibt es dazu erstmal Fragen? Genau. Also hier war ein Fehler drin. Dann haben wir jetzt korrigiert. Da muss hier sozusagen Quadrat drin stehen. Und hier auch. Und dann passt das Ganze. Genau. Und ja. Dann gehen wir zu einer Anwendung von der Fourier-Transformation. Und zwar dem Frequenz-Kamm. Das war ein ganz wichtiges Instrument, was eben entwickelt wurde. Und da gab es eben 2005 den Nobelpreis. Der ging an Ted Hensch in München am MPQ. Der hat die Idee gehabt. Und der hat die Idee in Deutschland gehabt. Und das ist eben ein ganz wichtiges Instrument, um Uhren zu vergleichen, um Laser zu vergleichen, um ein spektroskopisches Signal im Grünen mit was zu vergleichen, was im Roten liegt oder sogar im Mikrowellenbereich. Wie macht man das? Wie kann ich was, was bei Tausende von Terahertz liegt, vergleichen mit was, was im Gigahertzbereich liegt? Das ist eine Riesenherausforderung. Und das hat man versucht zu lösen und hat dafür riesige Aufbauten machen müssen. Hier mal zur Zeit von meinem, das war mein Habilitationsvortrag in Ulm damals noch. Und so sah das damals aus 2010. Die Anzahl der Publikationen für Frequenz-Kämme. Und das war eben, hier sieht man, wie das eben hier hochgegangen ist. Und inzwischen ist das ein Gerät, was man im Labor eben kauft und einfach standardmäßig benutzt, um Laser verschiedener Frequenzen zu stabilisieren. Okay, und wie funktioniert das? Wie kann man optische Frequenzen vergleichen? Nun, nehmen wir an, wir haben zwei Laser. Und der eine Laser hat die Frequenz Omega 2, der andere hat die Frequenz Omega 1. Und die Phase ist natürlich auch nicht definiert zwischen den Lasern. Die sind natürlich kohärent. Das heißt, wir nehmen an, es gibt eine feste Phasenrelation. Aber nach einer gewissen Kohärenzlänge kann die natürlich springen. Wenn ich jetzt diese Felder überlagere, dann überlagern die sich so linear. Okay, also das sind einfach zwei Frequenzen, die ich da überlagere. Rot und grünes Laserlicht oder ähnliche Farben. Also wenn das zu weit auseinander liegt, dann kann ich damit auch mit dem Verfahren, was ich jetzt erstmal beschreiben werde, nichts machen. Aber nehmen wir mal an, die sind beide rot und irgendwie um ein Gigahertz verstimmt. Dann kann ich die auf eine Fotodiode bringen. Und eine Fotodiode macht keine E-Feldmessung, sondern eine Intensitätsmessung. Das heißt, da wird das hier quadriert, gibt es also E1 Quadrat plus E2 Quadrat. Aber es gibt auch E1 mal E2 mal Kosnus der Differenzenfrequenz mal T. Das ist toll. Denn jetzt kriege ich hier eine Schwebung, wie bei zwei Stimmgaben, kriege ich eine Schwebung, die ich jetzt hier messen kann. Und diese Schwebung, die erlaubt mir, die Differenzenfrequenz zu messen, indem ich das eben jetzt erstmal filter, dass ich nur die Schwebungsfrequenz rauskriege. Dann baue ich eigentlich im Prinzip ein Radio. Radio ist ein Heterodyndetektor, indem ich diese Frequenz jetzt mische mit einer Frequenz, die eben fest ist und ähnlich dieser Differenzenfrequenz ist. Dann kriege ich da eben durch diese Mischung, das ist ein nichtlineares Element, was eben die beiden Signale miteinander multipliziert, da kriege ich dann eben diesen Ausdruck. Ich sehe also hier, ich habe die Lokaloszillator, das ist die Frequenz, die ihr in eurem Radio einstellt. Und das ist die Frequenz, die Differenzenfrequenz Omega 1 minus Omega 2 oder Omega 2 minus Omega 1, die hier eingestrahlt wird. Und die kann ich jetzt über einen Tiefpassfilter geben und kriege dann eben ein Regelsignal, mit dem ich meinen zweiten Laser phasenstarr auf den ersten Laser regeln kann. So hat man das früher gemacht, Uhrenvergleich. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich eine Uhr im, also wir wissen ja, der Zeitstandard ist gegeben durch die Cäsium-Uhr. Das ist eine Uhr bei 6,8 Gigahertz. Oder was war es ein bisschen andere? 6,8 ist Rubidium im Gigahertz-Bereich. Und diese Frequenz, ich glaube 4 Gigahertz irgendwie in dem Bereich, diese Frequenz ist natürlich weit weg vom Optischen. Um also vom Optischen hinzukommen zum Uhrenstandard, zum aktuellen noch, und ich sage euch voraus, der wird bald ersetzt durch eben eine optische Uhrenstandard, nicht mehr durch eine Mikrowellenuhrenstandard. Da muss man natürlich einen Riesenaufwand betreiben. Und das war auch ein Riesenaufwand, das aus der Publikation abzumalen. Also hier sieht man eben, da ist an der PTB in Braunschweig die Cäsium-Atomuhr mit 9 Gigahertz. 9 Gigahertz waren es, jetzt habe ich es, sorry. Und das wird eben jetzt, da ist eben jetzt ein Wasserstoff-Maser, der ein 100-Megahertz-Signal eben gibt. Und dann ist ein Quarz-Oszillator, das wird mal 225 gemacht. Und diese Atomuhr, also der Wasserstoff-Maser und der Quarz-Oszillator, der ist eben auf die Atomuhr synchronisiert. Und dieses Signal wird dann über Lokal-Oszillatoren und Phase-Log-Loop, das sind im Prinzip Regelelemente für Frequenzen und phasenstarre Regelelemente, wird das auf den GAN-Oszillator gegeben, dann wird das nochmal mit der PLL stabilisiert. Hier ist ein Rückwärtswellengenerator, dann wird hier Frequenzen gezählt, hier wird nochmal ein Methanollaser. Also hier sind wir eben jetzt schon bei einem Laser, hier war Cäsium-Mikrowellen, jetzt sind wir beim Laser angekommen, allerdings noch bei 4 Terahertz. Und wir wollen dann irgendwann mal zum Beispiel auf einen Helium-Neon-Laser, also noch ein langer Weg. Der wird dann wieder mit einem GAN-Oszillator bei 8,990 Gigahertz gemischt. Und dann kommen wir zum CO2-Laser, der hat so einen Mikrometer, ist immer noch weit weg von den 680 Nanometer von einem Helium-Neon-Laser. Und diese Frequenz wird dann wieder mit einem Glystron, das ist so ein Mikrowellen-Generator, gemischt. Und dann sind hier beim zweiten CO2-Laser, da ist wieder ein Facelock-Loop, hier ist ein GAN-Oszillator, also so ein Mikrowellen-Generator. Und dann können wir eben den Methan-stabilisierten Helium-Neon-Laser vergleichen mit der Cäsium-Atomuhr. Dann wurde das Ganze in einen Zug gepackt oder in ein Auto und die sind dann nach München gefahren von Braunschweig. Hier hat man genau den gleichen Laser. Dann hat man das gleiche mit einem leistungsstarken Helium-Neon-Laser gemischt bei einer anderen Frequenz. Hat eben hier einen NACL-OH-Farbzentren-Laser benutzt, auch wieder eben mit dieser Frequenz gemischt. Und wie das Mischen geht, das habe ich ja vorher gezeigt in der Folie und eben dann hier mit dem Dioden-Laser wieder gemischt. Dann hat man hier einen Intervallteiler. Vier Intervallteiler, das erkläre ich noch in folgenden Folien, wie man das macht, um eben diese Frequenzen hier runterzubringen auf diese Frequenz. Wieder hier eine Mischung, hier eine Frequenzverdoppelung. Frequenzverdoppelung kennen wir schon, das geht über so einen nicht-linearen Kristall, das haben wir ja schon gesehen, wie diese nicht-linearen Kristalle verwendet werden können, um zum Beispiel Zwillingsphotonen zu erzeugen. Hier ist es genau umgekehrt, da macht man aus zwei Photonen eben eins bei der doppelten Frequenz. Und dann ist hier eine Frequenzaddierung, das geht auch über nicht-lineare Kristalle, wo eben der Helium-Neon-Laser mit dem Farbstoff-Laser hier gemischt werden. Und dann hat man hier unten Wasserstoff. Also um die Wasserstofffrequenz genau zu bestimmen, muss man die ja mit dem Uhrenstandard vergleichen. Und deshalb muss man diesen ganzen Aufwand betreiben. Ich war, als ich auf einer Doktorarbeit 2000 war das, habe ich eine Doktorarbeit gesucht, da haben die das in München gehabt. Das war eine Halle voller Lasertische, voll mit Optik. Und die haben gesagt, das ist so komplex, dass es einmal im Jahr funktioniert, nämlich genau, wenn die den Shuttle rüberschicken und die Uhren vergleichen. Und dann haben sie mir schon gesagt, es wird bald abgelöst durch einen Frequenzkampf, damals hatte ich noch keine Ahnung, und habe dann gedacht, ja, mal schauen, wo ich dann Doktorarbeit mache. Ich habe dann bei Rubidium Atom-Doktorarbeit gemacht, in der Gruppe von Matthias Weidemüller, war eine super Entscheidung. Aber das ist ein riesen spannendes Gebiet. Die hatten damals schon diesen Frequenzkampf in Vorbereitung. Und deshalb haben die gesagt, das wird bald alles abgebaut. Und genau, und das will ich euch erklären, wie das funktioniert. Schauen wir uns aber erst mal diesen Intervallteiler an, weil den brauchen wir auch beim Frequenzkampf. Und zwar sieht das so aus. Ich habe zwei Laser, und die tue ich jetzt hier überlagern, und hier habe ich ein nicht-lineares optisches Medium, was mir erlaubt, Laserfrequenzen in ihrer Frequenz zu addieren. Das heißt, ich kriege sozusagen aus Infrarots und einem roten, kriege ich dann irgendwie eine Frequenz im UV. Und darauf stabilisiere ich jetzt einen Laser, der wird hier Frequenz verdoppelt. Das habe ich ja zwei Omega-3. Und die beide biete ich, das haben wir schon gesehen, wie man die eben schweben lässt, auf einer Fotodiode. Damit werden die Laser eben geregelt und stabilisiert. Und ich kriege damit raus, die Laserfrequenz vom Laser-3 ist eben ein Halb der Summe. Das ist genau in der Mitte von diesen beiden Frequenzen. Und so hat man eben diese ganzen Laser verglichen. Also unglaublich aufwendig. Und wo kam jetzt der Durchbruch? Nun, das kam von einem ganz anderen Laser, nämlich vom Titan-Saphir-Laser. Wie funktioniert so ein Laser eigentlich? Nun, ich habe einen Resonator, das ist ein Auskoppler, das ist ein Spiegel, und da drin bildet sich eben jetzt hier so eine Welle aus, die dann eben hier in einem Laser-Resonator drin ist. Ich habe hier ein Prisma, und da wird mein Frequenzspektrum eben aufgetrennt, in verschiedene Farben, und zurückgeschickt. Und hier über diesen Spiegel kann ich jetzt die Gruppengeschwindigkeiten anpassen. Das kann man entweder über so einen Spiegel machen, oder über so einen genannten gechirpten, das heißt gezwitschert. Ich weiß nicht, ob man das so übersetzen kann, aber der Spiegel hat im Prinzip Folgendes. Der hat unterschiedliche dieelektrische Schichten. Das blaue Licht wird gleich am Anfang reflektiert, das grüne irgendwo in der Mitte, und das rote ganz am Schluss. Dadurch gibt es eben für die unterschiedlichen Wellenlängen im Laser, gibt es unterschiedliche Laufzeiten. Und das kann ich eben verwenden, um dafür zu sorgen, dass es keine Dispersion gibt, dass meine Laserpulse im Laser eben zusammenbleiben. Denn ein Laserpuls, haben wir schon gesehen, kurzer Puls, heißt viele Frequenzen, und ich muss dafür sorgen, dass diese Frequenzen kohärent immer zusammenbleiben. Eine Frage? Ja? Wir sprechen aber immer noch von einem diskontinuierlichen Spektrum und keinem kontinuierlichen, richtig? Ja, das ist der gepulste Laser, genau richtig, guter Punkt. Der gepulste Laser macht tack, 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 Pulse, ist ein repetitives Signal, also was sich in der Zeit wiederholt. Deshalb ist der Laser komplett diskret im Spektrum. Das schauen wir uns auch gleich an. Okay. Sehr gute Frage, super, dass Sie da reinhaken. Und was dieses Subtrat also macht, der macht im Prinzip so ein Chirp auf die Laserfrequenz. Und das ist eben genau so gewählt, dass wir Dispersion eben kompensieren und der Puls eben zusammenbleibt. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges dazu. Also genau, was wir damit eben kriegen, ist sowas, ich habe es versucht hier zu zeichnen, durch diesen Chirp gehen die schnellen, also die sozusagen aufgrund der Dispersionsrelation eine schnelle Laufzeit haben, diese Frequenzen, die werden abgebremst, weil die den Berg hochlaufen müssen. Die langsamen Frequenzen, die müssen sozusagen, also die ist sozusagen eine höhere Dispersion erfahren, wie das blaue Licht, dem wird es erleichtert. Das muss sozusagen, das wird sozusagen, dem wird erleichtert sozusagen, da zu propagieren. Und das, was sozusagen im Grün zum Beispiel ist, das ist genau in der Mitte. Und damit erreicht man, dass die Frequenzen alle sozusagen zusammenbleiben. Das ist noch nicht alles. Wir müssen noch jetzt dafür sorgen, dass dieser Laser auch im gepulsten Betrieb laufen will. Und dafür müssen wir dafür sorgen, dass die gepulsten Laserpulse bevorzugt behandelt werden. So ein Laser verstärkt ja alles, was in ihm drin ist. Das werden wir noch erklären, wie so ein Laser funktioniert. Und kurzum, da spielt eben stimulierte Emissionen eine Rolle und die verstärkt eben alles, was in diesem Laserresonator ist. Der Resonator erhöht ja bestimmte Frequenzen. Und wir wollen jetzt erreichen, dass der Laser gezielt kurze Pulse verstärkt mit hohen Intensitäten. Und da kommt eben ein Effekt rein, den wir selbst Phasenmodulation nennen. Das ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Wenn wir einen Puls haben, dann erzeugt der in einem Medium, in einem nicht-linearen Medium, ja, und dieses Lasermaterial hier, das ist eben so ein nicht-lineares Medium, da erzeugt der eben im Prinzip durch die thermische Aufheizung, erzeugt der einen Brechungsindex. Und dieser Brechungsindex bewirkt jetzt, dass hohe Laserintensitäten fokussiert werden. Also hohe Laserintensitäten erzeugen sich selber eine Linse. Jetzt mache ich hier eine Apertur rein, sodass diese dadurch passieren können. Das heißt, also schwache Pulse, die im Laser sich ausbreiten, wo jetzt die Pulse sich nicht kohärent alle überlagern, wo alle Frequenzen so zusammenwirken, dass es einen hohen Puls gibt, die werden durch die Apertur abgeschwächt. Also kurze Pulse, wo die Pulse eben sich kohärent überlagern, die passen hier durch. Das heißt, wir können so die Pulse mit Durchgang, mit Durchgang werden die Pulse immer schmaler. Ja, und so kriegt man eben kurze Pulse rein. Und jetzt schauen wir uns das mal im Frequenzraum an. Ja, wir haben eben hier im Frequenzraum, also ein gepulster Laser macht der tak, 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 wenn wir das Folie transformieren, haben wir eben über einen großen, weil die Pulse sehr schmal sind, haben wir über einen großen Frequenzbereich eben diese Frequenzverteilungen. Ja, und die haben natürlich nur ein gewisses Bereich, aber in dem Fall zum Beispiel geht es hier von Rot bis UV. Und das war eine riesen Herausforderung, diesen Laser so hinzukriegen, dass man hier einen oktavüberspannenden Frequenzbereich von irgendwie 800 Nanometer nach 400 Nanometer kriegt. Das war fast nicht möglich. Die Laser waren immer im viel kleineren Bereich. Aber dazu kommen wir noch. Schauen wir uns jetzt mal an, wie solche Pulse wieder zurücktransformiert im Zeitraum aussehen. Da sehen wir hier E von T und das ist genau das, was ich euch hingemalt habe. Erinnert euch, wir haben sozusagen die Fourier-Transformation von irgendwie diesen 201 Pulsen gemacht und da sehen wir genau diese Wellenpakete. Was fällt noch auf? Wir sehen hier, ist genau hier an dieser Stelle von der Einhüllende auch das Maximale des E-Feldes, aber von Schuss zu Schuss ändert sich das. Das muss nicht zwangsläufig gleich sein. Und dieser Phasen-Offset, der hier gegeben ist, der wird sozusagen von Puls zu Puls wieder unterschiedlich. Und das macht uns ein Problem. Denn in der Fourier-Transformation, wenn wir jetzt runtergehen bis zur Frequenz 0, ergibt dieser Phasen-Offset hier eine sogenannte Carrier-Envelope-Offset-Phase oder Offset-Frequenz. Das heißt, wir haben hierzwischen eine kleine Verschiebung. Und das ist aber schlimm, weil ich dann nicht weiß, wo mein Laser genau ist. Denn diese Nadeln sind ja dann genau um die Repetitionsfrequenz ungenau verschoben. Die Repetitionsfrequenz ist genau hier durch diese Abstände gegeben im Frequenzraum. Je schneller der Laser gepulst wird, desto breiter werden die Abstände. Und wenn der Laser nur langsam gepulst ist, dann liegt das sehr eng zusammen. Und jetzt kommt die große Herausforderung. Wie kann ich hier unten diese Frequenz bestimmen? Denn der Laser ist gar nicht so breit, dass er erstens bis hier unten runter geht. Da ist die Amplitude schon längst 0. Und außerdem, wie kriege ich das raus? Und da hatte Ted Hensch die geniale Idee. Ich nehme hier eine rote Frequenz und das ist die doppelte Frequenz. Und die rote Frequenz verdoppel ich. Ich kriege also aus n Omega rot, kriege ich zweimal Omega n. Omega n ist n mal Omega rot plus Omega 0. Omega 0 ist diese Carrier Offset Frequenz. Oder auf Deutsch die Träger Versatzfrequenz. Und wenn ich das verdoppel, kriege ich das raus. Einfach pure normale Mathematik. Das hier ist sozusagen das Doppelte von n mal Omega r, aber immer noch plus Omega 0. Wenn ich das jetzt miteinander hier zur Schwebung bringe, kriege ich die Differenz von zweimal n Omega r minus Omega 0 minus 2 n Omega r plus Omega 0. Und diese 2 ist ja hier vor diesem Omega 0. Das heißt, wenn ich das schwebe, kriege ich die Träger Versatzfrequenz oder auf Englisch die Carrier Offset Frequenz raus. Das war, das hört sich jetzt einfach an, das Problem war, wie kriege ich den Laser so breit, dass er eine Oktave überspannt. Und dazu braucht man einen anderen Trick. Dazu braucht man ein ganz nicht lineares Medium. Hier sieht man die Laserfrequenz. Die geht hier von 700 bis 1000. Das reicht nicht. Wenn man aber in den Laser eben so eine photonische Phase reinmacht, die besteht aus irgendwie einem Glas oder so, mit Löchern drin, die erzeugt man so, indem man Stäbe nimmt, dicke Glasstäbe, und die dann zieht. Und dann entstehen solche interessanten Wabenformen. Und da ist natürlich einmal Brechungsindex von Glas und einmal Brechungsindex von Luft. Und diese sind hoch nicht linear. Und die erzeugen aus dem Laserlicht Weißlicht. Das ist aber spezielles weißes Licht. Denn dieses weiße Licht, und das war das Wichtigste, dieses weiße Licht ist voll kohärent. Das ist voller von solcher Peaks hier. Das sind alle equidistant. Und mit diesem Weißlicht konnte man dann das realisieren. Das heißt, man hat hier seinen Titan-Saphir-Laser. Hat ihn durch die Faser gegeben. Hat hier erstmal die Repetitionsrate bestimmt. Dann hat man das hier eben Frequenz verdoppelt. Und hat dann eben... Nee, Quatsch, nicht Frequenz verdoppelt. Entschuldigung. Man hat mit einem Spiegel, die kroischer Spiegel, der pickt sich jetzt einmal die blaue Farbe raus. Die hat man hier durchgeschickt. Und die rote hat man hier weitergeschickt. Und hat sie jetzt hier überlagert. Und hat sich nach einem Gitter genau die Linie rausgesucht. Und die man eben untersuchen will, dass man nicht alle Frequenzen hat. Und hat darüber die Carrier-Offset-Frequenz rausbekommen. Oder die Träger-Versatzfrequenz. Und jetzt haben wir was ganz Erstaunliches. Denn jetzt haben wir einen Laser, der komplett im Frequenzraum stabilisiert ist. Wir haben eigentlich nicht nur einen Laser, sondern wir haben Millionen von verschiedenen Lasern, die vom roten bis ins UV gehen. Und das ist natürlich ein super System fürs Labor. Denn jetzt können wir einen Laser nehmen, einstrahlen. Und die benachbarten Peaks, die machen jetzt eine Schwebung mit diesem Laser, die wir dann messen können. Und wir können einen blauen Laser nehmen, können da die Schwebung messen. Alles mit demselben Frequenzkamm, mit demselben Laser, den ich gerade beschrieben habe. Und damit kann ich jetzt diesen Laser mit diesem vergleichen. Natürlich nur mit dieser Schwebungsfrequenz. Aber die absolute Frequenzmessung in dieser Größenordnung, die kann man mit Wellenlängen-Messgeräten machen. Aber jetzt haben wir eine phasenstarre Messung. Wir können also unterschiedlichste Frequenzen phasenstar miteinander vergleichen. Und dafür gab es 2005 den Nobelpreis. Einmal an Hall und einmal an Hensch. Die beiden haben das in Amerika und einmal am MPQ, die haben das eben realisiert. Und ein Glaube auch für die Theorie der optischen Kohärenz im Quantenmechanischen. Dazu kommen wir aber in meiner Vorlesung Nanoscale Quantenoptics 2 und 1. Was haben wir jetzt also? Wir können absolute Frequenzmessungen machen. Wir können verschiedene Laser, wie mit Zahnrädern gekoppelt, kohärent vergleichen. Und noch viel mehr. Wir können Mikrowellen, die im Gigahertz-Bereich liegen, mit Frequenzen im Terahertz, im Tausende von Terahertz vergleichen. Damit können wir endlich Mikrowellenuhren, zum Beispiel unser Uhrenstandard CSUM, vergleichen mit optischen Standards. Warum macht das Sinn? Nun, eine Mikrowellenuhr, die hat irgendwie 9 Gigahertz. Eine optische Uhr hat irgendwie Tausende von Terahertz. Dadurch ist die optische Uhr intrinsisch viel stabiler. Viel mehr Schwingungen pro Zeitintervall können wir damit messen. Und damit, mit dem Heisenbergschen Unschärferelation, können wir damit also die Uhrzeit viel genauer definieren. Und wenn man das jetzt mit Zahnrädern vergleicht, können wir ein Zahnrad, wenn wir sagen, dass hier das Zahnrad irgendwie ein Zentimeter groß ist, dann können wir ein Zahnrad, was ein Kilometer Durchmesser hat, phasenstarr damit koppeln. Ist also ein unglaublich wichtiges Messinstrument geworden. Und warum das eben so wichtig ist für optische Uhren, sieht man hier. Hier ist aufgetragen, die Genauigkeit der Uhren. Die erste Cesium-Uhr hat eine Genauigkeit von 10 hoch minus 11 gehabt. Das kriegt man heutzutage kommerziell. Ihr könnt für 100 Euro einen Rubidium-Frequenzstandard kaufen, der hat so 10 hoch minus 11, 10 hoch minus 12 Genauigkeit. Das reicht für fast alles aus, aber nicht für Präzisionsmessung. Wenn wir zum Beispiel Naturkonstanten, wenn wir da sozusagen Drifts untersuchen wollen, da braucht man genauer Uhren. Ihr seht, die Mikrowellenuhren, die gehen so in so einer Art Murschengesetz, werden immer genauer, immer genauer, immer genauer. Und die optischen Uhren waren natürlich am Anfang viel schlechter. Der Jod-stabilisierte Helium-Neon-Laser, Wasserstoff, Calcium-Laser, Calcium-Spektroskopie, hier Ionenfallen, das sind alles Ionenfallenexperimente. Und inzwischen hat man 10 hoch minus 18 erreicht. Das war sozusagen eine Publikation, die ich euch hier im Folgenden zeigen will. Und ihr seht, die sind sozusagen ab dem Jahr 2010 sind die optischen Uhren besser geworden. Und deshalb wird da bald eine neue Definition der Zeit stattfinden. Okay, was haben die gemacht? Am NIST, der Tilrosenband, den ich euch ja schon mal gezeigt habe, der hat eben folgendes gemacht. Der hat hier einmal Wasserstoff-Ionen in der Falle spektroskopiert und hier einmal ein Aluminium-Ion in der Falle und hat ein Beryllium-Ion genommen. Das ist nochmal ein spezielles Verfahren, was wir euch auch in dieser Quantenoptik-Vorlesung erklären werden. Das nennt sich Quantenlogik-Spektroskopie, denn das Aluminium-Ion hat eigentlich keine guten spektroskopischen Übergänge, also keine geschlossenen Übergänge. Deshalb benutzt man hier Quantenlogik, also wirklich logische Gatter-Operationen, um mit dem Beryllium-Ion den spektroskopischen Zustand vom Aluminium auszumessen. Aber das nur am Rande. Und diese Uhr hat er eben mit 10 hoch minus 18 genau gemessen und hat die eben über so einen Frequenzkamm verglichen. Und das war auch genau das System, wo ich erzählt habe, wenn er das ein Meter im Tisch hoch und runter schiebt, dann sieht er die Gravitationsrotverschiebung im Labor. Und damit kann man eben zum Beispiel Langzeit-Drifts untersuchen. Hier sieht man eben die Frequenz vom Aluminium verglichen mit Frequenz vom Quecksilber. Und habe ich mal was anderes gesagt wie Quecksilber? HG ist Quecksilber. Und da sieht man sozusagen über Monate den Drifts. Hier ist Januar 2006, dann 2007, hier ist das letzte Jahr noch. Und da sieht man sozusagen den Drift. Und damit konnten die die vorherige Genauigkeit zum Beispiel von Naturkonstanten, hier ist aufgetragen, die Feinstrukturkonstante, Alpha Punkt, die Änderung der Feinstrukturkonstante, normiert auf die Feinstrukturkonstantengröße und hier eben µ, also die Permeabilität. Und das eben aufgetragen, vorherige Messungen waren eben hier in dem Bereich ungenau und er konnte das reduzieren auf diese Größe. Konnte er sagen, so klein müssten die Veränderung ist also bei ihm nahezu bei Null. Hier sieht man Null, Null, also ist konsistent mit Null. Davor war das so groß, verteilt, konnten wir also noch nicht so genau einengen. Also ein Riesendurchbruch bei Präzisionsmessungen. Was können wir damit machen? Oder gibt es dazu erstmal Fragen? Nun, in der Astronomie spielt das eine große Rolle. Wir haben ja jetzt ein Spektroskopieverfahren, was uns erlaubt, ganz kleine Verschiebungen zu messen. Wir können also damit zum Beispiel neue Planeten entdecken. Denn die Planeten sind so klein, dass wir sie optisch nicht auflösen können. Aber, man darf ja nicht vergessen, die Sonne und der Planet, die drehen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, die Sonne bewegt sich ein bisschen, wenn der Planet die Sonne umkreist. Und das macht was? Das macht Doppler-Effekt. Das heißt, unsere Fraunhoff'scher Linien von der Sonne, von einem fernen Stern, die erfahren einen Doppler-Effekt. Und diesen Doppler-Effekt kann man ausmessen und damit kann man Planeten entdecken, neue Planeten entdecken. Genau das hat man gemacht. Man hat eben hier Sonnenlicht genommen, hat das eben aufgeteilt auf ein Spektrum, hier hat man so ein Spektrum aufgenommen und hat dann eben hier dieses Licht über eine Faser mit einem Frequenzkamm sozusagen zur Schwebung gebracht. Zusätzlich hat man hier noch einen Fabri-Perot-Filter, der sich eben bestimmte Frequenzen da rauspickt aus dem Sonnenspektrum, weil man möchte ja nicht, dass alles mit allem eben schwebt. Also nur bestimmte Frequenzen rauspickt, die bringt man dann zur Schwebung. Man hat hier noch einen Diodenlaser, sodass man eben ein stärkeres Schwebungssignal erzeugt. Das heißt, dieser Diodenlaser wird natürlich auch hier mit dem Frequenzkamm stabilisiert. Das heißt, wir haben hier einen der Peaks eben sehr stark. Wir haben also ein starkes Signal, was wir mit einem schwachen Signal mischen und das ist gut. Dann kriegen wir eben niedriges Rauschen und das haben wir dann mit dieser Cavity hier, die das rauspickt, war noch stabilisiert über einen Login-Verstärker und damit kriegt man dann eben raus, wo neue Planeten sind. Man hat eben durch diese gemeinsame Schwerpunktsbewegung, wir sehen eben, hier ist Zeitpunkt T gleich 0, hier ist Zeitpunkt T gleich 0 der Planet. Jetzt bewegt sich der um die Sonne und dadurch drehen die sich um diesen gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, die Sonne, die bewegt sich mal mir entgegen, dann ist es blau verschoben und mal mir weg, dann ist es rot verschoben. Und damit kann man eben neue Planeten entdecken. Okay, gut. Und jetzt schauen wir mal, wo wir... Ich habe eine Frage dazu. Ja. Können nicht eigentlich auch beispielsweise Gürtel, also wie zum Beispiel der Kometengürtel, durch irgendwelche Anomalien, beispielsweise eine zufällige, stärkere Sammlung von Asteroiden auch sowas bewirken? Ja, die Masse ist natürlich, also das sind natürlich schon wirklich Signale am Limit. Das sind natürlich Monde und so schwer zu messen gewesen, dass man wirklich für Planeten und so ein Komete und Asteroid, das sind ja wirklich ganz kleine Systeme, das wird wahrscheinlich noch am Auflösungslimit liegen von diesen Messungen. Genau. Also ist quasi die Auflösung... Man soll niemals... Ich habe gelernt, man soll niemals Nein sagen. Man hat ja die Rosetta-Mission, die sind auf einem Asteroiden gelandet, haben da Bilder gemacht und die auf die Erde zurückgeschickt. Wahnsinnige Sachen, ja, also das... Man sollte in der Physik niemals sagen, das ist nicht möglich. Meine Frage war eigentlich eher, ob die Möglichkeit, Planeten zu bestimmen damit begrenzt ist, weil irgendwelche anderen Masse-Auswirkungen auch... Ja, also es ist natürlich so, wenn viele Planeten da sind, dann ist es natürlich ein komplexeres System, die haben unterschiedliche Umlaufzeiten, und wenn da natürlich zu viele Signale überlagert sind, ist das schwer zu messen, aber in der Regel für Planeten ist das gut und diese Kometen und Asteroiden, das ist nur ein kleiner Störeffekt, der wird das nicht verwaschen. Genau, das spielt also keine Rolle. Also Doppler-Effekt spielt hier wieder rein, und damit schließt sich so ein bisschen einen Bogen und in der nächsten Vorlesungseinheit gehen wir dann wirklich zu gebundenen Zuständen. Die schauen wir uns dann genauer an, leiten die Schrödinger-Gleichung her und schauen uns da so ein bisschen an, wie man eben auch so Sachen ein bisschen simulieren kann. Okay, wenn da jetzt keine weiteren Fragen sind, dann stoppe ich die Aufzeichnung und wir treffen uns gleich wieder. Okay, das ist ja auch ein bisschen das ist ja auch ein bisschen das ist ja auch ein bisschen Vielen Dank.